so hallo und herzlich willkommen zurück wie gesprochen bin ich in unser nest gegangen und da hat auch schon meine frau auf mich gewartet so lieb wie sie ist und ich würde sagen wir werden uns jetzt mal weiterentwickeln und zwar deutlich ich halte dass ich die nicht drehen kann oder hier kann ich nicht so doch kann ich so mag ich das muss ich gar nicht ohren so was das also was das mir noch für vorteil oh das habe ich noch gar nicht rausgefunden es gibt es gibt wie sehen die denn aus nee nee wir sind keine griffe okay das lasse ich mal hier so was ich vielleicht mal ändere beißen stufe 2 rahmen stufe 1 stufe 1 bin mir da unschlüssig was haben wir hier noch ach cool das sind so insekten wir könnten uns auch insekten ranzüchten das ist ja eigentlich schon relativ cool schwindigkeit eis stufe 1 frage ich mich doch warum das unterschiedlich viel kostet ich glaube das sieht schon besser aus ich denke das hat schon was ja ein bisschen muckis brauchen wir natürlich dann müssen wir noch uns selbst in form bringen dazu brauchen wir einen aufrechten gang dann kommt die drüse auch weg oh je wie sieht das denn jetzt aus ich mache mal komplett wir schauen einfach mal das kann ein bisschen länger dauern ich will mal so einen ordentlichen kopf hinkriegen brauchen schon einen relativ muskulösen oberkörper oder so ich glaube das kann dann besser hier hat auf jeden fall was ich kann die auch deutlich kleiner geraten wir brauchen halt bloß noch diese hörner die sind schon relativ wichtig und hier haben wir ja nur was kann man hier noch machen fäustlingsfaust was auch immer das ist äh schlagen posieren posieren stufe 2 ich denke so kann man schon zufrieden sein dann machen wir mal palmen starker ich denke es ist klar worauf ich hinaus will tanzen stufe 2 steichen stufe 2 geschwindigkeit 1 ich bin mal gespannt wir brauchen hat schon ja so sieht es schon gut aus würde ich sagen dann kann man das teil aber wegschmeißen dann schauen wir mal hier nach ordentlichen waffen das ding kommt weg das nehmen wir so was genau das gefällt mir mein kleiner so ein bisschen nach vorne wäre ich schon gut glaube ich sieht gerade ein bisschen merkwürdig aus noch was wir da bauen ich hoffe euch ist die folge nicht zu langweilig wenn doch schreibst du unten drunter dann mache ich einfach folgendes dann mache ich das als extra folge als ich baue mir einen kakao folge so ist das natürlich richtig was haben wir hier kugelwarzen rindenhaut gesundheit bezaubern das können wir jetzt alles wir haben greifen springen stufe 1 befindet den ruf schleichen sehvermögen rammen beißen schlagen posieren tanzen singen geschwindigkeit stufe 1 gesundheit stufe 1 ich glaube ich mache die teile weg dafür haben wir jetzt springen verloren ist das das was ich wollte ich hoffe schon ne das ist nicht das was ich wollte doch irgendwie schon sprinten bezaubern springen gleiten ne gleiten brauchen wir auch wirklich nicht ich wollte so irgendwie na toll was wird das ich glaube so richtig wird das nix ich wollte natürlich auch so ein bisschen abschrecken was haben wir hier noch horror klumpen schnurhaarkitzel fackel das sind auch nur solche komischen äh dinge zauberstufe 2 gesundheitsstufe 2 hm so richtig so richtig werde ich irgendwie nicht mit dem warmen der brauche einfach ich glaube ich packe den jetzt mal ein bisschen ein hier bezaubern springen schleichen schleichen können wir noch oder schleichen schleichen stufe 2 sprint stufe 1 ich vermuten achso das ist nur ok springen gleiten sprinten rückenflosse haben wir doch jetzt wir können doch sprinten ja gut gesundheitsstufe 2 und das ist gesundheitsstufe 1 und bezaubern tanzen bezaubern stufe 1 passieren addiert sich das nö nicht wirklich so ja dann kommt es glaube ich ja weg und stattdessen hm ist so schwer ne komm ich mach einfach hier so ein knochenknie klein so dass es auf knie drauf passt sieht es gut aus ja ich denke es passt ok dann müssen wir ihn noch anmalen er wird sieht schon so ein bisschen merkwürdig aus ne hm hm was haben wir denn hier noch was ist das denn ach du meine güte auf jeden fall sehr ähm wie soll ich sagen einzigartig wir können ja machen wir einfach so halb echse halb sonst was so ein bisschen bisschen sieht er ja aus ja ich kann mich von der farbe ja das auch schon zu lassen so ein bisschen sieht es aus wie ähm Godzilla das war das was ich gesucht habe ach du großer gott wie groß sind die augen bei dem baby was 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 äh 3 ok hm ok schlagen können wir jetzt auch und tanzen können wir auch so so also ihr habt jetzt ungefähr gesehen was es bisher so für teile gab in welche richtung man das entwickeln kann mehr vogel mehr mehr affe mehr fisch mehr insekt sogar ähm ich würde sagen ihr schreibt mir dann jetzt mal unter diese folge einfach in die kommentare aber wie soll ich unsere türchen weiterentwickeln wir haben ja jetzt hier relativ viel offen würde ich sagen relativ sehr viel offen das heißt wir müssen einfach nur schauen wie wollen wir uns weiterentwickeln fisch noch ein großes so ich würde aber sagen das sehen wir dann auch in der nächsten folge ich glaube ich lade es hier wirklich als extra hoch mal schauen wie ich das mache ähm ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag bis dahin wir sehen uns Tschüss